Norddeutscher Rundfunk Der andere mit dem Audi? Das ist immer ein Schaden. Oh nein, jetzt hat er einen Fehler gehabt. Scheisse. Scheisse. Er geht jetzt, jetzt macht er nur noch schneller. Ich muss noch einmal gehen und kann sich noch anmelden im Slalom Köpp. Nur Köpp und nur Slalom von Arsch. Da gehörst du von weitem Brett. Und jetzt?